Ein wichtiges Thema, mit dem wir uns befassen sollten als Muslime, vor allem in der heutigen Zeit, ist das Thema Israf, Verschwendung. Und darüber hinaus sogar noch Tabdir. Tabdir ist auch ein Koranscher Begriff und Tabdir ist sogar noch schlimmer als Israf. Und zwar bedeutet Tabdir, dass man verbotene Dinge kauft. Israf bedeutet, von erlaubten Dingen mehr als man braucht und soll, zu kaufen, zu benutzen etc. Und Tabdir ist, dass man Sachen, die sowieso verboten sind und nicht erlaubt sind, für sie sogar noch Geld ausgibt. Und zwar sagt Allah Ta'ala in Surat Al-Isra, Und gebe den Verwandten ihr Recht und den Armen und den Wegeschreitern. Also Ibn al-Sabil ist jemand, der auf dem Weg geblieben ist, vor allem in der früheren Zeit, war es ein größeres Problem aufgrund der schlechten Infrastruktur. Aber gebe ihnen ihr Recht, also den Verwandten, den Armen, den auf dem Weg gebliebenen. Und gebe nicht ständig für verbotene Dinge Geld aus. Denn diejenigen, die ihr Geld für verbotenes ausgeben, sind die Brüder des Schaitans. Und heutzutage ist das vor allem leider auch bei Muslimen verbreitet, dass man Sportwetten begeht. Also dass man ins Wettbüro geht. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen von diesen ganzen Büros, aber die Zuhörer kennen das sowieso. Das ist eine Art und Weise, wie man dem Schaitan näher kommt. Indem man in Haram Geld ausgibt. Sei es Spielautomaten, sei es durch eben diese Sportwetten und so weiter und so fort. Und natürlich geht es noch darüber hinaus. Sei es Alkohol, sei es nicht erlaubte Lebensmittel und so weiter und so fort. All diese Dinge sollten wir sehr stark beachten. Denn dieser Ausdruck im Koran ist einer, der nicht sehr häufig vorkommt. Innal mubaddirina karnu ikhwana shi'atin. Diejenigen, die für verbotenes Geld ausgeben, sind die Brüder, die Geschwister der Satane, der Teufel. Und der Schaitan ist seinem Herrn gegenüber sehr undankbar. In einem anderen Vers sagt Allah Ta'ala in Surat Al-A'raf, Esst und trinkt, doch übertretet nicht das Maß. Denn Allah liebt diejenigen nicht, die das Maß überschreiten, also die Israf begehen. Und Israf kann natürlich materiell und immateriell sein. Das heißt, mit Gegenständen, mit Lebensmitteln und so weiter und so fort zu tun haben. Aber es kann auch mit anderen Dingen zu tun haben. Es kann sogar in der Ayberda sein. Aber ich denke, heutzutage ist die Übertreibung in der Ayberda das kleinste Problem, das wir haben. Dass jemand zu viele Nachtgebete betet etc. Deswegen werden wir dieses Thema nicht großartig besprechen, weil es wäre ein Traum, wenn wir dieses Israf-Problem haben, dass wir zu viel Ibadah machen. Was das Materielle angeht, so sagt der Prophet s.a.w. beispielsweise Wenn man aber dann mehr essen möchte, Dann ein Drittel fürs Essen, ein Drittel fürs Trinken und ein Drittel zum Atmen. Materielle Israf ist natürlich neben Essen und Trinken auch zu sehen in Wasser z.B. Der Prophet s.a.w. sagt sogar, dass man an einem Fluss kein Wasser verschwenden sollte. Und an einem Fluss, egal wie viel Wasser man nimmt, man sieht keine Minderung. Aber selbst da sagt der Prophet s.a.w., dass man das nicht verschwenden soll. Also auch Strom, dass man einfach das Licht überall anlässt. Das ist auch alles eine Art von Israf, die Allah nicht zufrieden stellt. Dass man Dinge anlässt, Kleinigkeiten, auf die man achten sollte im Alltag. Wie dass man das Akkugerät rauszieht, wenn man es gerade nicht benutzt und so weiter. Weil das alles noch weiter Strom frisst und das alles eine Art von Israf. Eine Art und Weise, unnötig Geld auszugeben. Was Essen und Trinken angeht, haben wir auch in der Zeit von Corona, vor allem am Anfang, teilweise immer noch, das Problem von den Hamsterkäufen. Und das ist auch eine sehr gewaltige Art von Israf. Also nicht nur, dass man selbst sich überfrisst oder so oder mehr kauft, als man braucht. Man nimmt gleichzeitig noch das Recht von anderen und begeht dadurch Wulm. Also ist ungericht dadurch. Genauso ist eine schlimme Art des Tabzirs, also dieses Geld ausgeben in verbotenen Dingen, Zinskredite, dass man Geld aufnimmt, also Geld annimmt und dann mehr zurückzahlt. Das ist so basically ein normaler Zinskredit und das ist eine haram Art und Weise, Geld auszugeben. Heißt das in dem Vers, den wir gelesen haben, die im Verbot Geld ausgeben, sind die Geschwister des Shaitans oder der Satana. Und bezüglich Zinsen gibt es natürlich noch zusätzlich den Vers, in dem es heißt, dass Allah dieser Person den Krieg erklärt hat. Und wie gesagt, gibt es nicht nur materiell in Israf, sondern auch immateriell. Und zwar, beispielsweise sagt der Prophet, salallahu alaihi wa sallam, Es gibt zwei Gnadengaben, zwei Geschenke Allahs, bezüglich derer, die Menschen verblendet sind. Erstens die Gesundheit, zweitens die Freizeit. Und viele von uns verschwenden ihre Gesundheit, indem sie ungesund leben, gar keinen Sport machen, ungesund essen und so weiter und so fort. Auch das ist eine Art Israf in der Gesundheit zu haben, sozusagen. Und auch, dass wir die Zeit, in der wir gesund sind, nicht nutzen, um nützliche Taten zu machen. Weil wenn wir älter sind, ist es schwieriger. Man sieht sehr häufig, dass jüngere Leute denken sich, ich mache erst Hajj, wenn ich so und so alt bin. Und dann wird es sehr schwer. Also man sieht bei der Hajj und Umrah, also in Mecca und Medina, sieht man einmal sehr, sehr alte Menschen, denen es sehr, sehr schwerfällt, diese Reisen zu machen. Und das ist auch eine Art, also ich möchte diesen Personen nicht vorwerfen, dass sie Israf in der Gesundheit begangen haben, aber unter ihnen befinden sich bestimmt welche. Einige haben vielleicht erst dann Geld gehabt oder es erst dann geschenkt bekommen oder nicht die Möglichkeit gehabt aufgrund anderer Sachen. Aber es gibt bestimmt auch einige, die die ganze Zeit gewartet haben und gewartet haben, Geld für andere Dinge ausgegeben haben und dann erst im hohen Alter gegangen sind. Freizeit, genauso. Wir nutzen unsere Freizeit leider sehr viel für unnötige Sachen. Social Media, Spiele und so weiter und so fort. Und natürlich, wir können, es ist selbstverständlich, dass der Muslim nicht irgendwie 24 Stunden Koran liest und betet und es erwartet auch keiner, das ist eine unrealistische Vorstellung. Aber dennoch sollten wir uns ordentliche Grenzen in der Nutzung von Social Media und Spielen und so weiter und so fort setzen. Genau, auch die Zeit in der Familie wird meistens nicht genug geschätzt. Das schätzt man natürlich erst, wenn man weit weg von der Familie ist. Also die, die vielleicht ein Auslandssemester gemacht haben oder längere Zeit weg waren, aufgrund von beruflichen Gründen oder anderen Sachen, kennen dieses Gefühl. Also wozu führt Israf? Israf führt dazu, dass man vor allem, und das ist das Allerwichtigste, den Fokus verliert. Denn Allah sagt, dass er die Jinn und die Menschen nur erschaffen hat, damit sie ihm dienen. Und wenn wir uns in diesem Materialismus verlieren, dass wir die ganze Zeit nur daran denken, was kaufe ich als nächstes, was konsumiere ich als nächstes, was mache ich als nächstes, was unternehme ich als nächstes, da verlieren wir den Fokus im Leben. Und zwar die Ibadah Allahs. Und wie gesagt, Sa'atan Fasa'a. Also es ist normal, dass man Ibadah macht, aber auch Freizeitaktivitäten macht, die jetzt religiös neutral sind. Aber wenn man diesen Fokus komplett auf diese Sachen setzt, hat man ein Problem. Wir sollten uns alle selbst einfach überprüfen, inwiefern wir die Mitte gefunden haben in diesem Bereich. Häufig kommt es auch dazu, dass durch Israf der Unterhalt der Familie vernachlässigt wird. Also vor allem spielsüchtig etc. Und Spielsucht ist ein sehr, sehr ernsthaftes Thema. Viele sehen es nicht ein, dass sie spielsüchtig sind und schaden dadurch sich selbst und ihrer Familie. Und es gibt professionelle Stellen, an die man sich wenden kann, um diese Spielsucht zu behandeln. Und das sollte man ernst nehmen, inshaAllah, sodass die Familie nicht vernachlässigt wird dadurch. Und durch Israf begeht man auch Sulm gegen andere, indem man einfach Ressourcen aufbraucht, wie eben auch bei den Hamsterkäufen schon erwähnt. Ist es schlimm, dass man schöne Kleidung mag, dass man vielleicht ein schönes Auto mag? Absolut nicht. In einem anderen Harith haben wir auch bereits erwähnt, dass der Prophet, s.a.w., als ein Sahabi fragte, ist es Arroganz, wenn ich schöne Kleidung mag? Also er hat es natürlich anders gefragt, er hat gesagt, einige von uns mögen schöne Kleidung. Ist das Kibir sozusagen, Arroganz? Und der Prophet, s.a.w. sagte, nein, Dass man die Wahrheit nicht akzeptiert, wenn sie einem kommt und einfach Arroganz sie beiseite schiebt und auf Menschen hinabschaut. Das ist Arroganz. Schönes zu lieben an sich ist kein Problem, wie gesagt, solange es in Maßen ist. Der Prophet s.a.w. sagt nämlich auch, Also isst, trinkt, kleidet euch ein. Also isst, trinkt, kleidet euch ein und spendet. Und solange ihr kein Israf macht und nicht euch etwas darauf einbildet oder arrogant seid. Das heißt, wir sollten unser eigenes Leben auf Israf und Tabzir prüfen und in keinem Bereich Israf begehen. Wichtig dabei ist auch, dass die Grenzen von Allah und seinem Gesandten bestimmt werden, aber dennoch gesellschaftliche Standards auch berücksichtigt werden. Das heißt, während in einem Land es schon Israf mehr als zwei Polis hat, ist es in einem anderen Land vielleicht anders. Aber dennoch sollte man sich immer, wie gesagt, versuchen, danach zu richten, welche Kriterien und Maßstäbe Allah uns ein Gesandter uns gegeben haben. Und das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir durch diesen Materialismus, wie bereits erwähnt, den Fokus im Leben nicht verlieren. Denn Allah sagt, wie bereits erwähnt, und plain hat überhaupt nicht, das Wichtigste ist, und dem